Wenn man sich besten Listen im Genre der Echtzeitstrategie anschaut, dann findet man meistens vor allem eins da. Klassiker, die schon zehn oder noch mehr Jahre alt sind. Es mangelt einfach an genügend modernen Spielen, die frischen Wind ins Genre bringen. Aber hin und wieder gibt's auch Entwickler, die an dieser Situation etwas ändern möchten. Einer davon ist Digital Sun, der bisher für das beliebte Action-Adventure Moonlighter bekannt ist. Mit Cataclysmou schickt das Studio jetzt eine Mischung aus They Are Billions, Stronghold und Tower Defense-Spielen ins Feld. Wir haben die Early-Access-Fassung ausgiebig gespielt und verraten euch, wodurch sich Cataclysmou auszeichnet. In der Postapokalypse von Cataclysmou ist die Welt zu großen Teilen von seltsamen Nebelschwaden überzogen, die ungeschützte Personen in Abscheulichkeiten verwandelten. Die verbleibenden Menschen haben sich in eine hochgelegene, letzte Stadt zurückgezogen, von wo sie um ihr Überleben kämpfen. Unter ihnen ist Lady Iris, die mit einer magischen Kugel in ihrem Körper geboren wurde und dadurch mächtige Kräfte beherrscht. Aufgrund einer ominösen Vision wird sie in der Kampagne ins gefährliche Umland ausgesendet, um den Ursprung der Monster-Attacken zu finden. Zum Early-Access-Start umfasst die Kampagne elf gut gemachte Missionen, soll bis zum Release im nächsten Jahr aber noch erweitert werden. Die Rahmenhandlung wird dabei mit sporadischen Standbildsequenzen vorangetrieben, die vor allem mit ihrem einzigartigen Stil auffallen und gut auf Englisch vertont sind. Die Maus haben wir aber nicht wegen der Handlung nur widerwillig aus der Hand gelegt, sondern wegen dem guten Gameplay-Mix. Tagsüber erkunden wir mit Iris und ihren Truppen die Karte. Dadurch stoßen wir nicht nur auf verstreute Rohstoffbündel und Monsternester, wir erhalten auch einen Überblick darüber, wo wir am besten Holzfäller, Steinbrüche und andere Wirtschaftsgebäude platzieren. Denn nur tagsüber erhalten wir neues Baumaterial und Sauerstoff. Wenn die Nacht hereinbricht, stürmen die Monsterhorden aus verschiedenen Richtungen auf uns zu und Kataklysmoo wird zum Survival-Spiel. Und wehe, wir haben davor nicht unsere Türme, Mauern und Burgen errichtet und mit Truppen bemannt. Beim Aufbau unserer Basis spielt Kataklysmoo seine stärkste Karte aus. Sein vielseitiges Bausystem, das laut der Entwickler von Lego inspiriert ist. Aus einer Vielzahl von Einzelteilen bauen wir damit von mehrstöckigen Wohnblocks über Wachtürme bis hin zu ausgewachsenen Burgen alles, was wir uns vorstellen können. Naja, und was unser Ressourcenvorrat hergibt. Dabei platzieren wir jeden Stein einzeln, um uns einerseits ideal an die Umgebung anzupassen und andererseits möglichst robust zu bauen. Denn abhängig davon, wie hoch wir Mauern errichten und welche Spezialbauteile wir nutzen, halten die Befestigungen mehr aus. Besonders interessant wird das durch die taktischen Bauteile, die benachbarten Einheiten verschiedene Boni verleihen. Stellen wir Schleuderer zum Beispiel an ein Fenster, können sie ihre großen Metallkugeln nicht nur aus der Sicherheit heraus auf den Gegner werfen. Sie erhalten sogar einen Reichweitenbonus. Gut platzierte Banner oder Becken für Brandpfeile verpassen unseren Schützen dagegen Angriffsponik. Manche Einheiten, wie die Jäger, kämpfen außerdem am liebsten aus erhöhter Position. Und wenn's regnet, müssen wir unsere Bauwerke überdachen, sonst schießen unsere Einheiten hin und wieder daneben. Hier spielen auch die unterschiedlichen Einheiten wunderbar mit rein. Bogenschützen und Jäger schalten auf hohe Distanz bevorzugt einzelne Gegner aus. Herrscher verlangsamen anstürmende Gegner mit ihren Netzen und Artillerieeinheiten, wie die Kanoniere, machen mit Gruppen kurzen Prozess. Das alles sorgt dafür, dass der Burgenbau sehr vielseitig ist und zum Experimentieren einlädt. Man hat als Spieler dabei die Wahl, ob man nur ein paar zweckdienliche Mauern mit vielen Soldaten aufstellt oder ob man ein krasses Bollwerk mit Fallen, Burgzinnen und ein paar stark gebufften Verteidigern auf die Karte kombiniert. Hat man ein besonders praktisches oder schönes Bauwerk zusammengezimmert, kann man's mit dem Blaupausentool speichern, um dann mit nur einem Klick Kopien zu erstellen. So können wir unsere liebsten Wohnviertel und ähnliches über Missionen und sogar Spielmodi hinweg mitnehmen. Allerdings kann man beim Aufbau komplexer Strukturen nicht einfach machen, was man will. Hat man eine hohe Wehrmauer errichtet, muss man auch einen Weg für Einheiten einplanen, um da hochzukommen. Außerdem spielt Statik die wichtige Rolle. Schwere Steinblöcke können nur auf solide Fundamente gesetzt werden. Und wenn die Monster tragende Bauteile zerstören, kracht alles eindrucksvoll in sich zusammen, was davon abhängig ist. Welche Bauteile überhaupt zur Verfügung stehen, hängt von zwei Dingen ab. Dem Fortschritt im Entwicklungsbaum der Kampagne und der Wohlstandsstufe unserer Basis in der jeweiligen Mission. Wenn wir Haupt- und Nebenmissionen in der Kampagne erfüllen, schalten wir Entwicklungspunkte frei. Die investieren wir dann in dauerhafte Upgrades. Neben neuen Bauteilen können wir auch unsere Truppen mit Spezialfähigkeiten verstärken und Lady Iris neue Skills und Upgrades verpassen. Damit kann sie dann etwa ganze Gegnergruppen mit Flächenattacken zerlegen oder beschädigte Gebäude reparieren. Die Wohlstandsstufe bestimmt dagegen in jeder Mission, welche Gebäudestufen wir aktuell nutzen dürfen. Wie in Age of Empires können wir die Wohlstandsstufe mit einem Upgrade erhöhen, sobald wir bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben. Aufgelockert wird die Kampagne mit gelegentlichen Erkundungsaufträgen und optionalen Tower-Defense-Missionen. In beiden Varianten haben wir keine Basis samt Wirtschaftskomponente. Stattdessen müssen wir einerseits mit einem kleinen Trupp das Level erkunden und dabei mit begrenzten Materialien kleine Umgebungs-Baurätsel meistern. In den Tower-Defense-Missionen müssen wir andererseits wenig überraschend unsere Feste vor Angriffswellen schützen. Auch hier haben wir nur begrenzte Baumittel und Einheiten, die wir möglichst clever kombinieren müssen. Was man bisher spielen kann, hat uns gut gefallen und macht Lust auf mehr. Und mehr gibt's auch schon jetzt zum Early-Access-Start, denn die Kampagne ist zwar das Herzstück von Cataclysmow, aber sie ist bei weitem nicht der einzige Spielmodus. Im Skirmish-Modus kann man sein können auf handgebauten Herausforderungskarten beweisen. Aktuell gibt's zwei Stück davon. Später sollen noch mehr folgen. Auch schon drin ist ein Level-Editor, mit dem die Community Maps erstellen kann, um sie dann mit allen zu teilen. Und dann ist da noch der Endlos-Modus, die Königsdisziplin für Hobby-Strategen. Hier werden wir erwarmungslos jede Nacht aufs Neue mit immer größeren und stärkeren Gegnerhorden konfrontiert. Der Clou daran, für den Endlos-Modus haben die Entwickler die Fortschrittsmechanik auf den Kopf gestellt, was nochmal für zusätzliche Abwechslung sorgt. Wir starten mit einem sehr rudimentären Satz an Bauteilen und können nur einfache Bogenschützen ausbilden. Alle weiteren Gebäude, Bauteile, Upgrades, Einheiten und Spezialfähigkeiten schalten wir nicht wie sonst über die Wirtschaft frei. Stattdessen verdienen wir für jede besiegte Welle Punkte, die wir in einem Freischaltmenü ausgeben. Ob wir erstmal unsere Wirtschaft stärken, zügig alle Einheiten freischalten oder möglichst viele Stücke für unsere Mauern und Burgen holen, ist ganz uns überlassen. Das ermöglicht viele unterschiedliche Strategien und ermutigt zum Tüfteln. Dadurch fühlt sich der Endlos-Modus wunderbar anders zu den normalen Spielmodi an. Für Schönbauer und alle, die gerne ruhige Kugel schieben, wird bis zum Release außerdem noch ein Sandbox-Modus folgen. Weil die Karten im Endlos-Modus komplett zufällig erstellt werden, kann es aktuell aber vorkommen, dass die Monster Probleme bei der Wegfindung haben. In einer Partie hatten wir den Fall, dass die Angreifer aus einer bestimmten Richtung oft an der gleichen Stelle hängen geblieben sind. Das war nix gravierendes, sollte bis zum Release aber noch ausgebügelt werden. Ansonsten macht Cataclysmus schon jetzt einen runden Eindruck und bietet bereits ordentlichen Umfang mit Potenzial für mehr. Durch sein interessantes Bausystem und die gelungene Mischung aus Echtzeitstrategie, Survival und Tower Defense hat Cataclysmus außerdem genug in petto, um sich von anderen Spielen abzuheben.